Yo! Maske, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute haben wir einen Special Guest. Das Problem ist, der Tief kann nur im Fußball spielen. Gerade ich überhaupt nicht. Der wird schon bestraft. Der ist nur wegen der Bestrafung hier. Auf jeden Fall wieder ganz easy-Challenge, ne? Ich zeig dir mal wieder, wie es geht, Leute. Zeig dir, wie es geht. Das ist meine Ansage, ne? Also nicht lange schnacken, es geht direkt los. Joko, bist du behindert, Digga? Ja, okay, wenn das nicht geht, rück mal den Kopf zwischen, Digga. Rrrrrrrr... Hahaha! Michi! Ei, du k degree! Ja! Du kassierst du kassierst, Digga! Ouhh! Oh, du kassierst du kassierst, Digga! Okay, du selber noch. Okay, ich hab noch mal. Komm mal. I'm different, yeah, I'm different. Dicke, oh, was geht denn bei dir? Der war drin, Dicke, tschüss. Oh mein Gott, Dicke. Oh mein Gott, Dicke. Tschüss. Dicke, Dicke. Was war los, wo war der? Ich hab mich gesehen. Dicke, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Dann geht auch uns voll Spaß. So Leute, das war's auf jeden Fall mit der ersten Challenge. Eigentlich hätten noch zwei Leute schießen müssen. Wie viel Euro der geht rein? Drei. Drei Euro mit dir, Wette. Drei Euro, Raja. Du bist geholt. Halt den, Halt den, Raja, Halt den, Halt den. Dicke, ihr seid behindert, Dicke. Was war das für ein Kick, Dicke? Alle sind bereit. Fack, Dicke. Besser als ich dachte, ich bin ehrlich. Michi! Halt den, Halt den. Halt den, Halt den, Halt den. Warum sagst du denn, Bruder? Dicke, Evo bleibt die größte Rappe. Halt den, Halt den, Halt den, Halt den. Halt den, Halt den, Halt den, Halt den. Wenn ich jetzt treffe, ist die Challenge auf jeden Fall vorbei. Boah, das war eigentlich mal so schlecht, Digga, das ist scheiße, Mann. So, Leute, wir kommen zum Stechen mit Aibo, wie geht's dir, Digga, alles gut? Mir geht's bestens dir, folgt dich, Digga, auf jeden Fall. Momo und Michi sind raus, weil die nicht getroffen waren. Oh, Digga, Buh! Oh, Gott. Einfach mit dich. Ey, Alter, Linie! Nein, Bruder, ey, das klappt nicht. Digga, Alter, neu! Jedes Mal dasselbe, Digga. Immer sagen, er meint da Linie. Ja, er ist gewollt. Wow, er hat als Fußballer eine Fußball-Change geworden. Wow, komm, 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 komm. Digga, im Ernst? Boah, 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 boah! And I have been for you. Das ist gut. Was war das? Ich dachte, er gibt Kopf noch mir, Digga, nicht den Ball, Alter. Oh mein Gott! Digga, was war ich denn vor? Das ist echt meine Stärke. Das ist echt meine Stärke. Das ist echt meine Stärke. Oh mein Gott, nicht sein Ernst! Der war drin, ey! Shit! Digga, wir haben euch das erhalten, Bruder. Scheiße! So, jetzt kommt das Stächchen auf jeden Fall. Zwisch mir und Ei weg. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so sexy. Eigentlich müsste ich echt heulen, dass ich verloren hab. Aber scheiße, Mumu hat auch verloren. Das Ding ist, ich wollte gar nicht gewinnen. Ich war einfach nur, dass Mumu verliert. Ich auch! Ey, die Welt, das ist auch! Hey, warte mal kurz jetzt. Really, N****? Was passiert, Digga? Was passiert, Digga? Was passiert, Digga? Ich dachte, Mumu stirbt, was? Oh, dann machst du dich mit Blick, Digga! Aber Digga, schock dich alleine! Wüff, wir, ein Schuh aufkopf, Digga! das war es für heute ein bisschen gewinnt so das war so mit dem video ja ihr habt gesehen am ende ist eskaliert eigentlich hat der weg gewonnen und durfte und alle drei ins wasser schmeißen aber ich dachte mir scheiß drauf war so ein lustiger tag war richtig warm ich habe alle einfach das wasser geschmissen wird auch selber das wasser gesprungen leider die kamera das nicht richtig aufgenommen weil die echt scheiße stand aber ist ja egal wir hatten auf jeden fall sehr 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 viel spaß bei dem video habt glaube ich gemerkt wir hatten echt viel spaß am ende alle waren nass alle haben gelacht wenn ihr bock habt auf so eine xxl fußball challenge lasst auf jeden fall ein like da machen wir gerne und ja leute nicht vergessen zu abonnieren kommentar hinterlassen snap instagram folgt uns mal auf jeden fall damit ihr immer auf dem neuesten stand seid euch schön ein bisschen mario was geht mario zu sagen auf jeden fall wir sehen uns die tage wieder